Hallo, herzlich willkommen in der dritten Folge des Chaos. Falls ihr euch wundert, wir nehmen das in einem Rutsch auf und sagen, dass wir maximal noch eine halbe Stunde machen, so eine Folge aufnehmen. Genau, also diese Folge noch und das nächste Mal in der vierten Folge geht es dann hoffentlich mit der Frau Foxy weiter. Genau, heute Abend. Okay. 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 Und, hast du schon irgendwo die Arten gefunden? Jo, ist doch auch was. Na eben. Ist egal. Wie schaut deine Essensbalken aus? Voll. Ich wundere mich selber ein bisschen. Voll. Ah ok. Dann schaust du auf die Essensbalken. Verwundert mich jetzt etwas. Weißt du was mich verwundert? Was? Dass ich noch nicht tot bin. Ne, dass ich noch nicht tot bin. Ne, dass ich noch nicht tot bin. Ne, dass ich noch nicht tot bin. Ich hab eben ne Fledermaus gehört. Ich hab eben ne Fledermaus gehört. Okay. Ihr müsst von der Höhle irgendwo hin. Ach ja. Redstone. Guck mal. Guck mal. Man, man, man. Wie produktiv wir doch sind. Und. Der wird Foxy. Dann wird Foxy. Der wird Foxy. Wenn sie kommt und gleich eine Eisenlössung hat. Sie wird auch. So. Es wird auch nicht sein wegen dir. Wieso? du schon wieder so viele herzen ah ja stimmt ich hätte wenn ich ihr das sage das erste was ich hören werde ist Mensch Kuh ja ja am Anfang ist es halt immer ein bisschen langweilig weil man da ein bisschen fahren muss ich bin in dein Loch wieder gekommen hallo schau mal nach links ach du hast auch immer ein Loch aber was ist mit dir los sorry ups danke jetzt habe ich drei Herzen ja entschuldigung alter ich komme auf die Kurve und irgendwas ich komme um die Kurve und irgendwas kommt auf mich zugelaufen weißt du kannst auch auf den Namen schauen, der drüber steht was glaubst du warum ich dir die ganze Zeit gesagt habe schau mal nach links ich habe keine Ahnung alter das ist junger ja ich muss in mein Schwert wäre vielleicht nicht schlecht ich bin in der Höhle ich bin in der Höhle die hülle ist doch etwas groß ja gibt es irgendwas besonderes brett schon auf dem boden ich hier ein skelett ich komme nach hause aber das skelett ich komme nach hause aber raus raus zu weg da kannst du hingehen wenn du lust hast die hülle ist sich das klären hat nur wo geht es überhaupt nach hause und die bessere fahrer bist du in grad oben okay tag oder nacht 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 kippen ich hab 2,5 herzen nur wegen dem scheiß skelett ob so bin ich jetzt auch ne komm doch her 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 du bist gleich wieder tot nee wir haben übrigens knapp neben unserem haus ähm Loch im boden wenn es gleich zu schwimmen macht dann wundere dich nicht dann wartet der creeper hier bei mir und dann steht was im jet so äh schon blöd wenn man okay ich hab 2 und 60 fackeln ich hab's noch nicht gesehen manchmal bin ich nicht der doof Bob so du creeper gehst in die lava baden ein echter doof schwarzer jaja so hießen wir nicht eisen hier ist ganz viel kohle das will ich aber nicht mehr abbauen weil ich keine lust dazu hab noch ein bisschen mehr eisen noch mehr kohle nach mache glaube ich aus ein skelett ich laufe 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 bin ich schon dabei hallo skelett siehst du mich siehst du mich dumm skelett hallo frage an dumm skelett können sie mich sehen hallo ich mach jetzt ne richtige übernobentaktik hallo jetzt hat es nicht gesehen jetzt hat es nicht gesehen ach ach du scheiße lauf lauf junge lauf doch ach das skelette ich bring sie unten alle um irgendwann sterben alle skelette wegen mir das verspreche ich dir hoffe ich doch mal alter ich hab eineinhalb herzen wenn ich jetzt kein gold in der höhle finde wenn ich jetzt kein gold in der höhle finde ich raste aus glaubst du mir ich raste aus ich will mindestens genug gold für ein gold abladen dann bin ich wieder gut drauf weißt du wie ich mich angeschissen habe aber später muss ich dich mal hier runter führen und da zeige ich dir was ich gebaut habe und warum ich mich so erschreckt habe creeper hespum creeper verbrennt creeper ist dumm äh nächster creeper geht baden was habe ich vor gesagt ich habe eineinhalb herzen ok ich kann das jetzt ändern ich habe ein herz ach komm schon hier muss doch irgendwo hier muss doch irgendwo gold sein komm aus der hülle nicht raus bevor ich gold gefunden habe gold sehr schön drei stück mindestens vier stück fünf stück sehr schön na geht doch wie viele hast du fünf stück dann haben wir nämlich jetzt acht wenn wir der erste gold apfel machen halbes herz hast du mit deinem halben herz auch bitter nötig nur noch hast ja versuche jetzt noch heil nach haus zu kommen ja wenn ich jetzt wenn mich jetzt irgendwer angreift dann bin ich direkt tot hier ist eine spinne ja lauf vor ist auch das ist diesen kleiner platz wo ich mich bestellen kann eine zweite laufen wissen das glück auf welche seite wo ist das genau das ist nicht in meiner nähe oder ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ok das war die erste runde ultra hardcore kumos hat gefailt kuto wolltest du noch was sagen was nein willst du nichts mehr sagen ne 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 einfach ne ne wir kann ich mich wieder belegen das ist eine gute frage warum kann ich mich wieder belegen normalerweise ist hat man nach unten ich hab dich schon gesehen jetzt bin ich allein mein kleiner bruder im nebenzimmer schläft richtig schwierig ärgerlich und im anderen zimmer gegenüber schläft meine nicht wenn ich richtig herum schreit dann hört mich sogar noch mein vater das gute ist ich habe noch eine letzte zigarette das ist mir aufgehoben ab komm wieder auf ja wie jetzt was jetzt haben wir da auf uns ja hier ungültige ich muss bei minecraft neu starten ja 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 jetzt auch ja 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 wir müssen jetzt noch irgendwie eine viertelstunde zu voll kriegen ach ach noch eine viertelstunde ist es ja weil es immer 30 minuten folgen auf wir können das aber auch wenn du willst um dann info da ja 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 Nachts, wenn man da eben so wenig störende Geräusche veröffentlicht hat. Genau. So, ich versuche jetzt nochmal drauf zu kommen. Jetzt sollte es funktionieren. Warum? Warum funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Ich habe den Puppermode eingeschaltet. Weil in Theoretisch dürfte gar nichts mehr laufen. Ja. Hat man das Auto gerade gehört? Nee, man hat irgendwie ein komisches Deutsch gehört. Okay. Ich habe die Sache schon geholt. Hast du meine Sachen geholt oder sind sie despawnt? Ich habe nichts geholt. Okay. Okay, fünf Gold sind weg. Ach, Mist. Ach, Mist. Da hinten bin ich rechts. Ich habe nicht gestorben. Warum hat man den Klotz da weg? Ach, Mist. Ich habe mich hier so nach vorne gebaut und habe mir gedacht, das Skelett kommt hier hin, dann kann ich es schlagen. Aber nein, es kommt von hier. Aber da bin ich nicht gestorben. Weißt du, wo ich gestorben bin? Ja, ich bin zurückgelaufen. Ich wollte nach Hause laufen und dort wurde den Block. Komm, komm, komm zurück. Komm, komm zurück. Komm, komm zurück. Bring nicht um. Lass uns zurücklaufen. Lass uns zurücklaufen. Lass uns zurücklaufen. Dann können wir es wieder zu einem normalen Visitor machen. Hier sollst du vielleicht auch was hinbekommen. Ja, 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 genau da, wo ich es gesagt habe. Du, ich gehe mal ein paar Schritte weg von dir. Da ist nur Lava unten. Vielleicht gibt es noch Diamanten oder sonstiges hinter der Lava, aber... Lava gewinnt. Dort hinten ist auf jeden Fall eine große Höhle. Dort hinten habe ich auch das Gold gestorben und ich vermute, dass es noch mehr Gold gibt. So, willst du ihn umbringen oder willst du ihn anleben lassen? Komm ja nicht ran. Mieseschnuppe. Mieseschnuppe. So. So geht's auch. Städtermaus bringe ich jetzt um. Stirb. Stirb. Stirb, Fledermaus. Äh, Creeper. Wo ist der Creep? Ich habe vorher drei Creeper in Lava gewissen. Geh nett. Es gibt keine Fackeln mehr dabei. Wer ist denn da? Ich hatte Fackeln. Ein Stack. Ja, da ist ein Zombie. Hier oben habe ich übrigens... Fischpunkt. Äh, komm mal her. Komm zu mir. Gold, 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 Gold. Komm zu mir. Ich bin auf dem Weg. Komm zu mir, ich auf Gold. Ja und spinn. Hier oben rechts. Ah ja. Ja. Von dort kommt gerade ein Zombie. Ein Zombie kommt zu uns. Ein Zombie kommt zu uns. Sehr lang. Zwei Zombies hinter uns. Zwei Zombies hinter mir. Zwei Zombies hinter mir. Ich glaube, ich habe mich dicht geschlagen. Das geländ' ich mir weg. Nein. Fliecher. Gut. Nathalbherzen. Könntest du mal ein paar Fackeln setzen? Äh, ich habe eine. Ich habe genau eine. Ja, dann das Gold mitnehmen. Kommst du mal her. Danke. Über drei Stück weg. Über drei Stück weg. Ja. Lauf mir doch nicht vor die Klinze. Sehr schön. Äh, dort vorne ist noch einer. Ich gehe mal hier runter. Oh, großer Lavasee hier unten. Juh, in der anderen Richtung ist gar nichts. Nee. Wir haben noch 22 Minuten. Ja gut, also, äh, ich würde sowieso sagen, ähm, wenn wir die nächste Aufnahme-Session starten, ähm, dass wir dann wieder eine neue Map nehmen. Dann gucken, dass wir auch wieder ein oder zwei mehr Leute dabei haben. Mhm. Ja. 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 Wir haben noch ein bisschen durch. Hallo, Mr. Creeperman. Hallo, Mr. Creeperman. Ich bin gerade erst wieder gekommen und mir fehlen jetzt schon zweieinhalb Herzen. Oh. So. Habe ja auch ein bisschen. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo ich bin. Äh, ich schon, wenn ich dich finde. Doch, ich weiß wo. Ich bin am Ausgang. Du auch. Wir bringen das Skelett um. Gut. Danke. Okay. Du weißt, wie viel Herzen ich hab? Hä? Ich schätze mal, wie viel Herzen ich noch hab, dank dem Skelett. Anderthalb bis zwei. Eins. Alter. Ähm. Ja. Also, Kumus, wir müssen ein bisschen was an, äh, du musst was an dir arbeiten. Ja, mit den anderen Viechern hab ich ja überhaupt kein Problem. Das einzige Problem, was ich hab, ist Skelette. Aber guck mal, ich zum Beispiel, ähm, ich hab äh, so gar kein Leben verloren. Ja, du. Was? Äh, hier vorne. Ne, aber er hat nur noch ein Herz. Damit, hier. Äh. Zumindest auch in einem guten Orientierungssinn. Ja, hier geht er mir ein bisschen verloren. Ja, ja, es sind viele Gänge. Hm. Ja, das nächste Mal, lass uns da mal zusehen, äh, dass wir nur in einer Gang runtergraben. Fünf, äh, fünf Blöcke wegschlagen und da dann, äh, eine Treppe runterbauen. Weil da haben wir es wesentlich einfacher. Ja. Gut, ich sehe aber auch, wir haben 25 Minuten voll, dann wird die Folge jetzt leider ein bisschen kürzer. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Nächstes Mal dann auch wieder mit Kumus und mir. Mal gucken, vielleicht ist dann Foxy dabei und wir überreden vielleicht noch die ein oder andere Person auch. Ja. Und ja, wenn es euch gefallen hat. Ich habe eine gute Frage. Ja. Frage stellen. Ja. Wir fangen dann nächste, äh, nächste Session mit der neuen Map an, oder? Genau. Okay. Zweimal gestorben, wie gestorben. Ähm, es gibt, äh, das nächste Mal dann eben, ähm, wieder mit Kumus, mit Lina. Wir versuchen, andere Leute noch dabei zu haben. Äh, vielleicht zu dritt, zu vier, zu fünft. Keine Ahnung, je nachdem, wie viele Leute mitmachen. Ich werde da mal ein bisschen meine Fühler ausstrecken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ähm, schreibt auch fleißig unten in der Bewertung. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Bye, bye. Ciao. 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 Vielen Dank.